ASTALAM ALEIKUM MUCHACHACHOS Da sind wir am Stüssel Auf Favela wird heute gerankt Zusammen mit Mabossa Hallihallo Pizza Pizza pronto Und natürlich haben wir auch die Muchacho Army von der letzten Troll-Folge dabei Ruhe Genau, Muchachos Wir haben drei Muchachos dabei Leon, Waterscale und Goat Hallihallo Und danke fürs mitspielen Jetzt müssen wir nur noch mal gucken was überhaupt gezockt wird Wir haben Hibana, Claymore Läuft Sieht gut aus Auf geht's Muchachos Erste Runde Favela Wo sind sie? Sind sie Fußball-Apartment? Bis jetzt sehe ich hier noch nix Oder sind sie unten? Nicht Fußball-Apartment Sind sie unten oder sind es die Tantienz-Apartment? Die sind sogar oben Oh Was zum Strichcode? Was ist das denn? Ganz ganz oben Ganz ganz oben Oh Oh Very interesting Ich parke eine Drone in diese Pflanze Um abzucheckern, ob hier wer hochkommt Okay Das ist wirklich sehr interessant Cavera ist Waschküche Cavera witscht Waschküche raus Hier oben ist auch einer Jäger ist hier oben Cavera Waschküche Keller Weiter zum Standort des Biogefahrmuthbehälters Weiter zum Standort des Biogefahrmuthbehälters Warte da oben ist sie Und jetzt wollen wir nach Gans oben Nach Gans oben Nach Gans oben Da ist noch einer Feind lokalisiert Zweiter Stock Cavera ist nicht mehr da Da haben wir einen Warum pitcht ihr da nicht mal anständig raus? Jetzt wurde meine Cam Da ist Raum Auch keiner Da ist der Da ist Cavera Ich habe sie markiert Ich habe hier was gehört Ich glaube da ist wieder einer Ich bin mir sogar fast sicher dass da einer ist Ich bin mir sogar fast sicher dass da einer ist Hier ist alles free Wo ist die Cavera die Nase? Hier ist noch einer glaube ich Der Jäger ist da Ach das ist der Vakery Bei Termite ist Vakery Vakery hier Bitch Jo wird gemacht Das war nicht so gut Letzter verbleibender Gegner Wir drinnen Jawoll Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön Wir wollen Erst die ganze Zeit Die ganze Zeit war dieser scheiß Jäger Da wollte er uns bitchen Lol die Frost lag da immer noch verletzt Alter Die habe ich von einer Minute oder eineinhalb Minuten habe ich die verletzt geschossen Der hat ja gut geklappt Okay Wachachos Die erste Runde Lebe schon mal sweet Was machen wir jetzt? Wo geht hier hin? Waffenraum Waffenraum Okay wenn wir Waffenraum gehen Dann würde ich sagen nehmen wir Dog mit Pumpgun Yay Dazu Stacheldraht Und äh Waffenraum passt Machachos Deko hat sich auf der Gamescom ein wenig Rainbow Six Merch geholt Und zwar haben wir hier ein Warte wie ist denn nochmal? Ein HiBi HiBi Einen HiBi Beziehungsweise eine HiBi IQ geholt Wunderschön oder? Man kann sogar den Helm Big Deadass Aufklappen Zack 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 Kann Deko ein bisschen mit da rumknutschen Oh da habe ich jetzt ein wenig R6 Merch hier zum rumstehen Richtig fresh Leider gab es nur noch die IQ Ich hätte gerne Twitch oder Oder vielleicht Smoke gehabt oder sowas Aber Er gab ihn nur Also IQ Aber IQ ist auch cool Krass So Wir machen nochmal hier Hierzu Hierzu Die Leute So Wo sind hier die Drohnen? Hat irgendwer schon eine Drohne Platz gemacht? Ich habe eine Platz mehr an den Milotanen Behälter gefunden Oh nicht Jetzt habe ich noch eine zweite Platz gemacht Hallo Hallo Das Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Dreh wurde aktiviert Magazin wechsel Ladevolles Magazin Huuu Digga Pistole ist so hässlich Oh Und die Ash verletzt Der Ash gekillt Alter Schwede Muchachos Deko der Sniper ist real Huh Und da ist der Nächste Nicht verletzt Da ist jemand drinne Hier Gehst du da durch? Oh fuck Ups Friendly Fire Das freut ich nicht Seht ihr noch irgendwas? Da hinten Wo sind die Dudes? Geht da mal hin, ich hab auch keinen Arsch gesehen Bats, Digga, Bats Keinen gesehen In dein Gesicht Guck dir das an Was, hier ist keiner Ist er einmal geschossen? Oh, da ist er Bist du Pumpgun Die französische Pumpgun, Alter Ein Schuss Bats weg, Alter Richtiger Nackenschlag, Alter Richtiger Nackenschlag Södele Das sieht gut aus, Jungs Das sieht gut aus 2-0 Für das Muchacho Team Ich hab keinen Plan, was ich zocken soll Mit Fuse hab ich immer verkackt Nein Ich mach es jetzt Ich hab einmal Hardcore verkackt mit ihm Aber es hört sich so an Ja Perfekt Oh, oh Das ist prima Prima Polonia Nicht mit mir, Echo 10 Sekunden bis Einsatz So Das ist doch ein nice Spot Ja Alter Wie ich den die ganze Zeit verarscht hab Ey Okay, Deko Sieb Ja, du bist schonmal Immer nach oben rum Nope Äh, du musst hier hin kommen Ne Ja Wahrscheinlich richtig schon Hier ist Okay Und hier oben Hier oben Hier oben Hier oben mach ich den Scheiß Achso Wo er ist es? Dahin? Ja, jetzt an das Loch kannst du jetzt ran Du kannst jetzt komplett einmal durch Durchs Fußball-Apartment durch Ähm War der mit drin oder was? Weiß ich nicht Okay Die Weg ist down Jetzt hast du glaube ich dann freien Raum Oh scheiße Das war nicht gut Hallo? Hallo? Alter Toll So, ich steh jetzt hier Marvin Ja? Oh Deko Feinde, erster Stock Feinde, erster Stock Feinde oder was? Please Er ist untergefallen, als er mir helfen wollte Ja, geh nicht, ich geh wieder in deine Ecke Die sind auch noch Die kommt gleich Die brauchen dich nicht Jo 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 Bei mir ist irgendwo die Echo drunne. Hab sie. War das der Echo? Nee. Ich dachte der Echo wollte kommen, um zu filmen. Wow! Lol, der Echo ist hier links, ey. Links durch die Tür. Da ist er, Echo down. Ok, ich geh rein. Ja, da in der Ecke ist er. Frost. Was? Bin erwischt. Wollte ich wiederholen. Die haben sich gegenseitig gekillt, Uchacho. Die haben hier jetzt sogar... Nicht nur, dass wir durchshafen wie sonst was. Wir haben hier sogar noch einen. Lol. Hauptsache die killen sich doppelt und wir sehen Marvin. Niemand will Marvin sich nicht sehen. Warum? Hallo? Ja, Matchball. Aber Marvin? Ich kann gar nicht mit der Waffe umgehen. Ich kann null mit der Waffe umgehen. Aber der Spot war gut, oder nicht? Der Spot war gut, aber ich hab so oft daneben geschossen. Alter Belly. Aber war gut, doch. Ich hab keinen Plan. Wir gehen Fußball. Wollen wir nicht lieber Tantchen zerstören? Ne, Fußball. Dann kann ich hier Kapkan nehmen. Ok, dann nehm ich... Jäger, wir nehmen Jäger. Dann müssen wir aber... Oh oh, umkämpft. Das könnte auch der dritte OG sein gerade. Oh oh, oh oh. Jawoll. Ey. Muchachos, wir nehmen Jäger und wir nehmen Jäger mit Holo. Weil am 5. September kommt das neue Update und dann verlieren Jäger und bändet sowieso ihr ARCOG. Und dann muss man mit Holo spielen oder mit Reflex oder was auch immer. Auf jeden Fall kein ARCOG mehr, deswegen wir üben schon mal. So, machen wir einfach ein bisschen zu. Hier verstärken. Rüstung nehmen. Ja. Eto. Ganz richtig hier verstärken. Ob der Glötzler nicht reinschreiten können. Sind sie noch? Auch. Zwei Drohnen sind weg. Zack. Wollte doch noch was hinhauen. Zack. Irgendwer hat noch keine Rüstung. Nein, das ist mein Spot. Leon hat meinen Spot geglaubt. Leon schäm dich. Er ist dann auch so schlecht. Das Schild passt dir auch nicht. Warum ist da noch ein Schild? Das ist... 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 Okay. Mein Spot kann ich schon mal nicht wissen. Ja... Interhalt gelegt. Ziel gefunden. Abstand halten. Ziel gefunden. Please! Okay. Wir verpissen uns hier mal lieber. Wuh. Ziel entdecken. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Wuh. Ganz schön bolzy der Deko hier. Ich hab mein Stachel gerade noch. Oha. Wir kriegen jetzt schon auf die Schnauze, wa? Ja. Wo ist er gestorben? Wo? 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 Bis zum nächsten Mal.